hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei sendes zum sieben tag 5 so machen wir mal zuerst die täglichen sachen was brauchen wir hier abenteuer thriller und katastrophe wir haben ein paar neue filme bekommen sich gerade wir haben keinen katastrophen film das ist natürlich miss dann nehme ich sie nicht das macht keinen unterschied wenig nehmen wir müssen die gleiche kategorie nehmen ach meine not das ist scheiße da nehme ich action einfach dann geht's so hier Ah nein, Quatsch, wieso geh ich schon hier hin, ich muss zuerst mal... Spannende Abenteuerfilme, in der die Guten den Bösen an den Wechseln erteilt, ein Actionfilm. Hier wird der Bösen an den Abenteuer, in der die Musiken, die oder die Musiken, die Sie haben, 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 die Sie haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, ich verstehe, ich muss den Bolz zudähen. Einen Dude bringen. Okay, haben wir die Nebenmissionen fertig, ja unsere Batterie ist voll, jetzt können wir zu hier, kann ich jetzt meine Charakter hochleveln, nein ich muss zertifizierter Proxy werden. Hm. Machen wir die Kämpfe fürs anspruchsvolle. Okay. 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 Opla. Das war's für heute. Missed I don't know Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ah, gut, ich hab keine Punkte mehr. So. Die sind ja auch abgeschossen. Die sind ja auch abgeschossen. Die sind ja auch abgeschossen. Entschädigung für das Problem mit den abnormalen Wirkungsumfang der Fähigkeitseffekte von Wehmnotoren. Okay. Ja gut, also extra Loot. Da will man sich nicht beschweren. So, wie sieht's überhaupt aus? Kann ich irgendwas ziehen? Momentan nicht. Da auch nicht. Und hier noch weniger. So. Ist aber nicht schlimm. So. 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 Und wieder der übliche Urte ist zuviel und viel die Ernährung sind für eine Überwachung seit dem Abend in der Ecke der 6 Wälder im Bezirk Jürnäs 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 Die Stimme von Soldatin Nummer 11 von hinten Die Operation findet heute Nacht statt. Der Mann, wo vorteilt ein Treffen zwischen mir und dem Rebellenführer am Feld und muss mich nur zu dem vorgesehenen Ort in der Höhle beführen. Die Verteidigungsmacht ist also bereit die Falle zuschnappen zu lassen. Verstanden, ist leider zu bereit. Darüber müssen sich Zivilisten keinen Gedanken machen. Die Verteidigungsmacht hat der Elite einheitlich entsammelt, so dass die Rebellen nicht fliehen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren lassen. Und? Gut gemacht. Für was? Du bist heute Abend nicht zu spät gekommen. Schnell ist er. Und jetzt findest du, was du noch einmal mitьюgeln. So ein bisschen zu spät. Ich sag mal um die Fühle. Es gibt viele, die mich zu müssen. Schnell kriegen. Nichts Latest. Gekkarraign. Und das Blut. Und für Reitern extra schaffen. Oder … ich sag mal um die Fühle. Ich würde gerne machen. Primazöne w- Ich bin ein Witzherrn. Aber ich bin nicht nur ein Witzwerf, aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht mehr信 und ich bin nicht verletzend. Ich werde das Witzwerf machen. 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe. Ich habe mich nicht so aufgestellt, dass die Leute nicht so auf jeden Fall. Ah, ich bin da nie so auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gut auf den Kopf in die Stimme gewonnen, aber auch in dieser Zeit, dass ich mich nicht so aufgeladen. Ich habe den Tiefen, und ich habe das Szenative, die ich nicht so aufgeladen, diese Szenative zu haben. Ich bin der Kunde, Magura. Was hast du gesagt? Geh an! Ich hatte das Schleuch von dir zuerst gesehen. Ich habe das Schleuch von Klemzon-Eis-Harmit. Ich sage es, dass du dich anst. Ich habe das Schleuch von Klemzon-Eis-Harmit gesehen. Ich habe das Schleuch von Klemzon-Eis-Harmit gesehen. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für mich. Das war's für heute, dass du mit dem Schwerpunkt aufgerufen hast. Du hast, dass du mit dem Schwerpunkt aufgerufen hast. Du hast, dass du mit dem Schwerpunkt aufgerufen hast. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 ... 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 Das war's für heute. Das war's für mich. Fuh! Okay. 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 mal schauen ob es schaffen mit stufe 20 dadurch zu kommen wird schwierig es gibt es nicht so viel zu kommen es gibt es nicht so viel zu kommen es gibt es nicht so viel zu kommen Das war's für heute. 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 Definitiv halten die Gegner mehr aus. Das war's für heute. 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 Yes. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, klar. Das war's für heute. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für mich. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie sind in der nächsten Zeit. Sie sind da noch ein paar Minuten. Sie sind in der nächsten Zeit. Sie sind in der nächsten Zeit. Sie sind in der nächsten Zeit. Sie sind da gut? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und Untertitelung des ZDF, 2020 aber wir hier etwas mehr glück ich glaube ich nicht schön da nicht es ist es ist es ist es ist wie Das war's für heute. 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 Morgen wieder. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.